so und damit einen wunderschönen guten morgen in die runde und herzlich willkommen zu einem neuen crypto update video nachdem wir gestern ja einen ordentlichen crash nach unten hin hatten und sogar die 48.000 us dollar angetestet haben also unser übergeordnetes ziel level geht es jetzt mittlerweile wieder ordentlich nach oben wir sind mittlerweile bei 55.000 us dollar beim bitcoin wieder angekommen leichte erholung nicht nur bei bitcoin sondern auch bei den altcoins mittlerweile was jetzt abgegangen ist wie es jetzt möglicherweise weitergeht das hört ihr auf jeden fall im heutigen video also wir werden auf jeden fall einiges mal durch besprechen auch ob es jetzt möglicherweise schon mit der korrektur war all das werden wir uns jetzt auf jeden fall angucken ansonsten würde ich sagen bevor wir starten lasst dem video schon mal gerne ein like da abonniert den kanal wenn ihr es noch nicht gemacht und natürlich gerne in die kostenlose telegram talk und signal gruppe reinschauen wenn ihr Bock habt auf updates news und signale kommt ja gerne rein den link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der video beschreibung und wenn ihr noch eine börse zum traden sucht oder auch jetzt möglicherweise zum nachkaufen für spot altcoins bitcoin etc pp kann ich euch nur meine partner börse bingix empfehlen dort findet ihr alles was wir hier auch besprechen und auch die meisten altcoins oder ich sage jetzt mal überwiegend alle altcoins die wir auch hier auf diesem kanal bis jetzt angesprochen haben so jetzt aber keine zeit verlieren bitcoin momentan bei 55.700 oder 55.800 us dollar ihr seht hier diesen rapiden abverkauf von gestern es hat über das wochenende ordentlich unsicherheit ja eingekehrt im gesamten markt nicht nur wegen der ganzen iran israel sache die mittlerweile schon eingepriesen ist also das ist so mittlerweile so mein stand würde ich jetzt einfach mal behaupten dadurch dass wir wissen dass da früher oder später wahrscheinlich irgendwas passieren wird haben die märkte das schon einkalkuliert das wichtigste ist momentan eher so was zum beispiel in japan angeht mit dem yen dass da einiges falsch läuft dadurch dass die zinsen dort runtergesetzt wurden und ja wie einen starken yen haben das wiederum auswirkungen dann auch auf manche trades hat was gestern glaube ich auch schon in der telegram gruppe mal jemand gepostet hatte also finanzmarkt generell momentan wirklich reinste katastrophe aber wenn wir uns das große bild einfach mal anschauen und darum geht es jetzt einfach wir handeln weniger nach news eher nach chart können wir sehen dass wir perfekt in das golden pocket eben gestern reingedippt sind das ist das was ich schon seit wochen immer wieder gesagt habe monaten man kann schon wirklich von monaten sprechen wir waren da zuletzt im februar 24 dass wir da einfach noch mal runtergehen war meiner meinung nach immer wieder klar weil wir hier eine größere ineffizienz haben und hier halt auch das meiste an kapital einfach noch rumgelegen hat und wir immer wieder hier diese tieferen tiefs hier hatten wir hatten keine höheren hochs das heißt die struktur an sich weil es auch nicht mehr die bullischste wir haben kein neues all time high mehr hier letzte woche mehr reinbekommen das heißt markt etwas mehr schwäche und dann kamen eben die ganzen news geschichten auch noch mit dazu was natürlich dann für den markt gepasst hat daraufhin ging es gestern ordentlich runter auf 48.800 us dollar und wir hatten aber einen daily close hier bei 53.900 us dollar also kann man sagen okay so schlimm sieht es gar nicht aus auch auf den kleineren time frame sieht es ehrlicherweise gar nicht so beschissen aus denn wir haben das golden pocket hier ohne vier stunden close nicht durchbrochen also wir waren immer innerhalb des golden pockets wir haben hier wicks da muss man ehrlicherweise aber dazu sagen und da bin ich auch gerade so ein bisschen dabei muss man vorsichtig sein also meiner meinung nach ist diese erholung die wir jetzt haben einfach eine reaktion darauf dafür dass es am wochenende immer deutlich deutlich nach unten jetzt gegangen ist und natürlich auch dadurch noch mal ein bisschen paar shorts liquidiert werden sollten wie ist der plan ja wenn wir uns mal den 1 stunden time frame angucken sehen wir okay die erholung hat stattgefunden wir haben hier unten noch einen größeren wick mit einigermaßen viel volumen nach oben hin noch eine kleine ineffizienz die bis hoch auf 60k geht und dieser 60k bereich der ist halt am wochenende ziemlich interessant gewesen dadurch dass wir da oben dann etwas länger getaumelt sind immer wieder widerstand widerfahren habe und dann kam eben dieser abverkauf das heißt möglichkeit wäre grundsätzlich sogar dass wir hoch gehen in richtung 60.000 us-dollar und von hier aus dann noch mal ein tieferes tief reinkriegen möglicherweise bis 48 oder und das wäre so momentan so ein bisschen mein worst case verfahren 44 45k aber da gehen wir gleich noch mal drauf zu sprechen würde ich das longen oder shorten ich würde derzeit einfach momentan was das anbelangt absolut die finger vom markt lassen für mich auch nur die trades die noch laufen die lasse ich laufen und wenn dann konzentriere ich mich wahrscheinlich wenn dann überhaupt auf bitcoin weniger auf altcoins momentan altcoins ganz anderes thema werde ich vielleicht noch mal extra video machen bzw werde ich das gleich auch noch mal ein bisschen näher ansprechen ich will das video jetzt ein bisschen länger machen weil gestern nichts gekommen ist würde ich einfach trade mäßig die finger einfach momentan von lassen weil das risiko einfach viel viel zu hoch ist kann ich euch einfach nur ans herz legen lasst da derzeit die finger los also erholung momentan ist drin wenn wir uns jetzt mal noch das fib level ziehen da unten ist es muss mich erst noch ein bisschen eingewöhnen sehen wir auch okay wir stehen jetzt hier vorm golden pocket bei 56 8 wie gesagt wir haben hier noch die ineffizienz das heißt kurzfristig 58 15 drinnen shorten würde ich den ganzen mist wie gesagt trotzdem nicht das ist erstmal so das kurzfristige best case wir schaffen hier einen doppelten boden wir füllen den wick auch hier ist es dann wieder wichtig dass wir auf den großen zeitanhalten nicht wirklich hier unter ich sag jetzt mal vier stunden time frame nicht unters golden pocket dippen beziehungsweise kein close darunter kriegen einfach damit die struktur nicht gefährdet ist und es immer noch hoffnung gibt in anführungszeichen dass wir steigende kurse sehen mit neuen all time high ansonsten jetzt gehe ich auch mal so ein bisschen auf meine worst case szenarien ein ihr kennt sie ja eigentlich schon also wochenlang war das jetzt erst mal so der erste step 52 48k wegen dem golden pocket wegen dieser größeren zone alles schön und gut hat er sich geholt die vector candles alles abgeholt unsere range ist jetzt erst einmal hinfällig die können wir weg machen ich mache jetzt auch noch mal hier der übersichtlichkeit des golden pocket weg ansonsten ja wäre dann wirklich der nächste step hier unten diese 45 beziehungsweise was labere ich da 43 bis 44k zufälligerweise läuft auch noch unser abtrend den könnt ihr da so mich jetzt mal ein bisschen raus dass es diese abtrend von unserem bären markt tief bis nach oben läuft hier auch noch mal voran das wäre momentan das kurzfristige bearish scenario und das wirklich ich sage jetzt mal für viele akku apokalyptische wahrscheinlich aber dazu müssten wir echt einen kompletten finanzmarkt crash kriegen die fed überlegt ja schon geld zu drucken beziehungsweise die zinsen ordentlich nach unten hin zu senken im september vielleicht wird sogar noch eher passieren wer weiß das schon dadurch dass die gesamte situation an den aktienmärkten momentan sehr eingefahren ist und wir teilweise schlimmer als bei kovid eine crash hatten das muss man auch mal hier dazu sagen und dafür hält sich bitcoin meiner meinung nach immer noch sehr solide andererseits wie gesagt sollte es zum globalen crash kommen oder mit krieg etc pp wäre wirklich unser worst case scenario hier unten bei zwischen 30 und ich sage jetzt mal 33.000 us-dollar warum die ganze zeit habe ich gesagt 52 48 hat den grund gehabt wir haben hier eine größere ineffizienz gehabt mit sehr viel liquidität alles schön und gut der nächste dampf punkt wäre dann eben hier die 43 44 mit unserer gelben abtrend linie das wäre sage ich mal noch so verkraftbar das nächste wäre dann wegen dieser großen ineffizienz und ich weiß nicht wer sich hier noch daran erinnern kann das war im oktober 23 da ging es los mit etfs bitcoin etf zulassung gerüchte etc pp und genau das ist diese candle hier unten fraglich ob durch die ganzen etf ob wir da überhaupt noch mal hinkommen aber seid es euch bewusst das wäre wirklich für mich das non plus ultra maximum ich glaube nicht dass wir da noch mal deutlich tiefer gehen auch wenn wir hier unten noch eine ineffizienz bei 22k haben das ist mir dann momentan noch ein bisschen zu weit hergeholt aber diese 30.000 us-dollar behaltet die mal im kopf muss nicht kommen aber das ist für mich nach derzeitigen stand erst die nächste zone wo ich dann wieder altcoins kaufen werde das heißt ich habe gestern und vorgestern altcoins eingekauft das wäre dann erst der nächste punkt vorher würde ich dann nichts mehr einkaufen weil alles dieses gedümpel hier ist dann einfach nur noch akkumulation für bitcoin aber nicht für altcoins interessant will jetzt keine panik verbreiten behaltet euch das mal im kopf ihr könnt auch gerne eure meinung unten mal in die kommentare reinschreiben was ihr davon haltet oder ob ihr sagt nee voller schwachsinn bin ich fein mit das ist nur meine idee aber wie gesagt das mal im hinterkopf behalten ansonsten wie gesagt erholung lasst die finger davon die einzige option wo ich dann wieder long gehen würde wäre dann hier wenn wir unseren doppelten boden möglicherweise ergreifen oder zwischen 43 und 44.000 us-dollar mehr werde ich momentan nicht machen außer altcoins einkaufen und da befinden wir uns momentan bei ethereum er hat ich ihr wisst ja ich habe keine ethereum hat er meine zone bei 2100 us-dollar knapp verfehlt zone wäre zwischen 2060 und 2100 us-dollar also hoffe ich auch hier derzeit noch dass wir jetzt nach dieser erholung die wir jetzt momentan hier wieder fahren wir am gesamten markt vielleicht noch hoch auf 28 gehen und dann auch hier noch mal crash in anführungszeichen kriegen auf 2000 bis 2100 us-dollar dann werde ich ethereum kaufen und dann wäre ein doppelter boden auch hier wirklich wünschenswert ansonsten ethereum worst case verfahren haben wir mehrere zonen 1.7 wir hätten sogar hier unten noch bei 1.5 noch mal eine zone aber auch das ist weit wert hergeholt ich will jetzt keine panik hier verbreiten also nur damit ihr bescheid wisst ja generell mal ganz kurz meine meinung zu den altcoins ich wie gesagt es wird ein bisschen längeres video ich habe auf jeden fall gestern nachgekauft weil wir einfach kurse erreicht haben die wir vor jahren das letzte mal gesehen haben und wenn ich von jahren spreche dann spreche ich hier wirklich von polkadot bei vier dollar die wir damals in bärmarkt gekauft haben matic auch mal so als beispiel hat unsere komplette grüne kaufbox eingenommen ist bis auf 33 cent runtergegangen chainlink kaufzone erreicht hier bei 8 dollar wieder nächste kaufzone also hier wo wo ich euch in den videos gezeigt habe da sind einige dabei die ihre kaufzonen oder sogar die bärenmarkt tiefs erreicht haben das sind meiner meinung nach kaufzonen wir sind jetzt bei dem stand viele die jetzt das sage ich mal gemacht haben so wie ich ihr wisst ich bin bei 100 prozent immer rausgegangen das heißt ich habe meinen einsatz bei 100 prozent raus könnten jetzt dadurch dass wir einfach ein 50 prozent dump gesehen habe oder sagen wir mal noch größeren dann teilweise haben immer noch gewinnen wenn sie jetzt wieder ihre ursprungsposition einfach wieder aufbauen und das ist jetzt so ein bisschen mein plan ich habe überall wieder nachgekauft ich bin überall wieder auf ursprung oder so ich sage es mal bei den meisten zumindest und so werde ich jetzt auch weiter vorfahren sollten wir zu 100 prozent steigen welches gleiche den gleichen shit wieder machen und ich kann es euch nur ans herz legen es einfach so zu machen ihr seid deutlich entspannter wenn ihr im bull run oder auch in einem bärenmarkt nur noch mit profiten drin seid lebt es sich deutlich deutlich entspannter und ihr müsst euch nicht hunderttausend youtube videos eingucken wo dieser kurs möglicherweise bei polkadot auf 122 dollar geht oder sonst was weil es euch wurst ist das ist mir ganz ganz wichtig auch hier noch mal ein bisschen ruhe reinzubringen ihr müsst euch einen eigenen plan machen ihr müsst euch einen eigenen plan machen ihr müsst vor allen dingen ruhe bewahren ihr müsst euch nicht jeden tag ein video über ein coin ein reinziehen mit irgendwelchen immunprognosen ihr wisst genau worauf das lauf läuft auf klicks und mehr nicht es ist um euch in kurse zu nicht in kurse zu locken aber um euch in coins zu locken die möglicherweise das mal erreichen und dann schiebt ihr panik wenn das ding weiter droppt das ganz ganz wichtig ihr braucht auch ein sensibles händchen für altcoins aber deswegen ist auch mein altcoins portfolio einfach vielleicht 20 25 prozent und der rest ist einfach in bitcoin geschichtet das nur noch so nochmal mein senf am morgen dazu aber ist mir einfach noch mal wichtig gewesen jetzt einfach ihr könnt altcoins nachkaufen wir haben sehr sehr gut zonen teilweise erreicht aber jetzt nicht alle fünf prozent einfach weiter einkaufen es gibt zonen diese zonen haben wir bewusst bewählt in einem bärenmarkt beispielsweise chainlink hier oben 25 prozent dann hier noch mal 25 bis 50 prozent und die nächste wäre dann erst hier unten bei fünf dollar so werden die zonen gesetzt alles was dazwischen ist juckt mich nicht gucke ich nicht auf den chart wenn er runter geht okay die nächste kaufzone wäre dann erst hier unten dann alles was davor oder danach passiert ist wurst wenn ihr es traden wollt ist was anderes aber kaufen beispielsweise hat euch der chart nicht zu interessieren polka dort tief erreicht bärenmarkt tief wir haben aber vorher schon wenn wir uns das mal angucken wir gehen jetzt aber nicht vom tiefsten stand sondern vom höchsten stand aus haben wir hier knapp 200 prozent gemacht so jetzt fällt das ding unten juckt mich nicht erhöhe wieder meine position auf standard und fertig wenn das ding jetzt auf 122 dollar schießt okay freue ich mich aber bitte nicht in panik verfallen wir haben jetzt bärenmarkt tiefs erreicht und gut ist ich weiß viele portfolio sind im minus das habe ich auch gestern in dem video gesagt aber trotzdem es hilft nichts jetzt panik zu schieben oder panik verkäufe zu machen wenn geld übrig ist okay kann man teilweise nachkaufen wenn nicht sitzt das einfach aus es werden auch früher oder später wieder bessere seiten kommen ja das war mir jetzt noch mal wichtig gehen wir mal rüber noch zu gold unser short läuft eigentlich perfekt zwei take profits würde ich jetzt sagen erreicht den dritten überlege ich gerade ob wir hier unten reinsetzen also hierbei 2350 us dollar das wäre auch dann so mein long szenario für eine gegenbewegung würde auch gut passen wir haben hier noch einen längeren doch bis auf 2363 und ja würde ich sagen das bleibt so ein bisschen der plan zweiter take profit und dann long rein als hedge dann haben wir auch hier ein kleineres risiko auf jeden fall unser dax trade dritter take profit läuft auch also short ich habe zwar hier noch mal gehofft dass wir die erholung sehen aber dann kam das wochenende also können wir das schon mal in die tonne hauen ansonsten long würde ich auch hier nicht gehen mein ziel ist jetzt eher sollten wir eine erholung hier oben ins golden pocket reinkriegen passt auch ziemlich genau perfekt hier mit dem gap was wir oben drin haben auf dem vier stunden time frame würde ich die short position wieder verdoppeln das heißt wieder fast auf ursprung hoch setzen und dann möglicherweise das nächste lag nach unten hin mitnehmen das ist erstmal der plan ich bin nicht auf long seite derzeit ich bin weiterhin auf short seite und das müssen wir auch so ausnutzen mit den trades die wir noch offen haben können wir das meiner meinung nach sehr sehr gut momentan einfach machen euro gegenüber dem us dollar hat unsere zone hier oben erreicht das war ja unsere short zone wer da rein ist auch hier take profit eins und bitte profite nehmen stop loss sollte ja über hier ein euro zehn gelegt werden zeige ich euch auch noch mal ganz kurz warum das so war das hat einfach mit dem pivot hier vom letzten monat noch zu tun den hat er nicht mal mehr angetestet das ist sehr sehr gut also auch hier läuft short take profit eins stop loss entry und jetzt chillen sollten wir nochmal hochkommen das wäre dann noch mal so die zweite chance sage ich mal für alle die noch nicht drin sind dann würde ich auch hier den entry bei dem wix ungefähr legen so bei 1 euro 099 und dann muss aber der stop loss über den neuen pivot hier oben bei 1 euro 10 7 gehen und dann wird es wahrscheinlich erneut runter knallen ich sehe den euro zwar jetzt nicht mega bearish gerade in den jetzigen momenten was so auf der welt eingeht trotzdem ein bisschen vorsichtig hier handeln das wäre dann auf jeden fall hier oben die stop loss zone wir können aber auch noch das ding fertig machen und sagen okay wie viel prozent während es knapp 0,9 prozent risiko für alle die da noch reingehen möchten die noch nicht drinnen sind und für alle die drinnen sind würde ich dann raten auch hier noch mal ganz kurz das fib level zu ziehen und dann würde ich den zweiten take profit wahrscheinlich dann hier bei 1 euro 089 oder 1 euro 086 nehmen und den dritten dann bei 1 euro 082 richtung monats pivot standard ja dann gucken wir noch mal ganz kurz auf den s&p 500 den hat es ja brachial erwischt nach unten leider wurde ja hier oder bin ich hier nicht short reingegangen im nachhinein wäre das so ein geiler trade gewesen allein wenn wir uns das mal ganz kurz angucken von von der unterkante bis nach unten einfach mal acht prozent mit einem stock trade wäre phänomenal gewesen aber gut warten wir jetzt hier mal ab auch hier ganz kurz das fib ziehen wir hätten hier im perfekten pivot bereich s1 bei 5400 punkten auch mit dem golden pocket übereinstimmen kurze konsolidierung das könnte ein neuer entry werden für einen potenziellen short auch hier mit ziel doppelter boden oder trotzdem freier fall der volatilitätsindex absolut geisteskrank nach oben hingeschossen auch hier noch mal zur erklärung wir haben den downtrend durchbrochen ich glaube am donnerstag oder freitag war das noch da habe ich schon vorgewarnt dass man jetzt wirklich aufpassen muss und ja der ist dann gestern absolut in die hohe geknallt mittlerweile wieder deutlich korrigiert also auch hier erste langsam beruhigungszeichen auch wenn noch nicht alles überstanden ist man muss jetzt einfach vorsichtig agieren das ist ganz ganz wichtig nichts überstürzen ruhe bewahren und wirklich nur danach kaufen wo es wirklich sinn macht ansonsten würde ich sagen vielen vielen danken fürs zuhören oder zuschauen besser gesagt heute mal ohne cam und ich würde sagen wir hören uns dann wahrscheinlich erst wieder am freitag muss ich leider sagen ansonsten wird es kurze updates geben auf der telegram gruppe von mir als videoform ja dann war es das von mir ich wünsche euch einen schönen entspannten tag lasst euch gut gehen like da lassen abo da lassen telegram gruppe join und dann hören wir uns ja die tage auf jeden fall wieder bis dahin ciao und wie immer stay crypto